Um 6 Uhr müssen Sie beim Kreuzbund rein, kein Frühstück, gar nichts. Vier Gläser Kreuzbund trinken, ja noch drei Stunden bergsteigen. Dann meinetwegen ein Glas Kaffee und ein Milchbrot. Der Bauch will nicht gutwillig weggehen. Den werden Sie massakrieren müssen. Lassen Sie ihn alle Tage von einem geschickten Massakrierer bearbeiten. Aber von rechts nach links. Ja noch drei Stunden bergsteigen, dann meinetwegen ein Glas Kaffee und ein Milchbrot. Nachdem wieder drei Stunden kraxeln. Zum Mittag kein Suppen, kein Wein, kein Bier, kein Gornix. Wäre ich mich schon schreckenglos. Wenn er sagt, drei Stunden spazieren gehen, so meint er eh nur zwei Stunden. Weil ich über die exaltierten Socken nicht leiden kann, so wird es eine Stunde auch tun. Um 6 Uhr aufstehen. Naja, wenn einer zwei Stunden zum Anziehen braucht, dann muss er um 6 Uhr aufstehen. Ich bin einmal in zehn Minuten fertig mit dem Anziehen. Vom Waschen gar kein Wett. Ergo, brauche ich erst um 8 Uhr aufstehen. Ich bin jetzt auf súper bei Niklas. Erg石. Wir werden in spinnen, gar nicht in der Zeit. nach dem kommenden Moment auf das Schatten gekommen. der große Kaffee Lawyer wurden darauf ank bols. Bescheidtx,